Aufregend für uns. War super. War wirklich super. Hat Riesenspaß gemacht. Super informativ. Für die Kunden aber auch für uns. Man sieht, hey, die Community beschäftigt sich damit. Also da waren ja doch der ein oder andere Profi dabei. Es war im Prinzip ja auch ein Vortragen. Es ist aber doch anders. Das Timing, der ganze Ablauf im Studio selbst, die Kameras vor einem. Es ist was anderes. Das ist was völlig Neues, was ergänzend ist. Dieses Programm wird spannend gestaltet, interaktiv. Immer wieder gibt es Schalten irgendwo anders hin. Ja, Herr Marschall, vielen Dank und herzlich willkommen zurück hier in Loßburg. Das ist einfach ein Mehrwert für unsere Kunden, um denen einfach auch mehr Informationen und Neuigkeiten zu vermitteln. Und vor allem, sie können ja auch mitmachen, die Kunden. Unser Thema am 29.04. lautet von Profis für Profis, Turnkey meint Qualität aus einer Hand. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund und bye-bye.